Heute fährt der Fuchs mit seinem Zug. Er muss ein paar Erledigungen machen. Hilfst du ihm dabei? Als erstes brauchen wir Eier. Das Schaf hilft uns alles aufzuladen. Super, weiter geht's. Wir sind fast da. Nur noch ein kleines Stück. Hier in der Fabrik werden die Eier gebraucht. Laden wir sie ab. Und noch der letzte Waggon. Als nächstes müssen wir Muffins ausliefern. Die werden jetzt aufgeladen. Super, weiter geht's zur nächsten Station. Ab durch den Tunnel. Oh nein, auf dem Wagen sitzt ein Schaf. Es frisst uns alle Muffins weg. Das ist aber ganz schön gemein. Endlich sind wir angekommen. Der Supermarkt wartet schon auf uns. Super gemacht. Weiter geht's zur nächsten Auslieferung. Ansonsten! Hier werden die Äpfel aufgelöst. Hier werden die Äpfel aufgeladen. Perfekt, jetzt aber schnell weiter. Perfekt, jetzt aber schnell weiter. Wir sind da. In dieser Fabrik wird aus den Äpfeln Apfelsaft gemacht. Gleich können wir weiterfahren. Aber vorher müssen wir noch für die nächste Lieferung Apfelsaft mitnehmen. Der wird jetzt noch schnell eingeladen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke und weiter geht's. Tschüss. 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 Schauen wir uns mit dem Abladen. Tschüss. 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 Und unsere nächste Auslieferung sind Karottenmuffins. Die bekommen wir direkt hier. Toll gemacht. Weiter geht's. Oh nein, da ist schon wieder das Schaf. Es mag wohl sehr gerne Muffins. An diesen Supermarkt liefern wir die Karottenmuffins. Jetzt wird doch alles abgeladen. Jetzt aber schnell weiter zur nächsten Auslieferung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Super, wir sind da. Bei dieser Haltestelle bekommen wir Milch. Die müssen wir jetzt ausliefern. Und los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind an der Fabrik angekommen. Die bekommt nämlich die Milch, damit daraus Eis gemacht werden kann. Und noch den letzten Waggon abladen. Bevor wir weiterfahren, müssen wir noch das Eis aufladen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Perfekt, jetzt können wir weiterfahren. Jetzt ist das Schaf schon wieder da. Es mag wohl auch gerne Eis. Wir sind da. Dieser Supermarkt bekommt das Eis. Das Schaf hilft uns beim Abladen. Gut gemacht. Jetzt können wir weiterfahren. Bis zum nächsten Mal. Wir sind an der Farm angekommen. Als nächstes müssen wir das Weizen ausliefern. Das ging schnell. Lass uns weiterfahren. Die Fabrik braucht das Weizen. Damit sie Brot wappen können. Geben wir es ihnen. Jetzt müssen wir noch etwas Brot ausliefern. Das bekommen wir direkt hier von der Fabrik. Super gemacht. Jetzt müssen wir das Brot nur noch ausliefern. Oh nein, das Schaf ist schon wieder da. Es mag wohl auch sehr gerne Brot. Zum Glück sind wir jetzt am Supermarkt angekommen. Hier wird das Brot verkauft. Super. Wir können weiterfahren. hoch. Ja. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Hier sind wir auf einer Farm, die Kirschen anbaut. Die müssen wir jetzt als nächstes ausliefern. Wir können weiterfahren. Wir sind an der Fabrik angekommen. Hier wird aus den Kirschen leckerer Saft gemacht. Als nächstes müssen wir den Kirschen anbaut. Als nächstes müssen wir den Kirschsaft ausliefern. Den bekommen wir ganz frisch aus der Fabrik. Super gemacht. Wir können losfahren, wir können losfahren. Wir können losfahren, um den Saft auszuliefern. Warum? Warum ist das Schaf? Warum ist denn das Schaf schon wieder da? Es mag, es mag? Es mag wohl auch sehr gerne Kirschsaft. Es mag wohl auch sehr gerne Kirschsaft. wir können losfahren. Und dann Lower uttunnen. Wir sind auch schon auf der Farm angekommen Hier kriegen wir Wolle Die wir dann ausliefern müssen Toll gemacht Jetzt müssen wir schnell weiter In dieser Fabrik Werden aus der Wolle Socken gemacht Wir müssen sie nur noch abladen Und nicht den letzten Waggon vergessen Aus der Wolle wurden direkt Neue Socken gemacht Die müssen wir jetzt noch ausliefern Toll gemacht Jetzt müssen wir die Socken Wir müssen nur noch zum Supermarkt fahren Oh nein, das Schaf Ist ja schon wieder hier Will es uns etwa die Socken klauen Wir sind angekommen Die Socken werden jetzt noch abgeladen Toll, alle freuen sich Jetzt geht's weiter Zur nächsten Lieferung Auf diese Farm Dann kriegen wir Karotten Die müssen wir dann gleich zur nächsten Fabrik bringen Toll gemacht Toll gemacht Das ging schnell Jetzt müssen wir aber schnell weiter Hier ist auch schon die Fabrik Hier wird aus dem Karotten Hier wird aus dem Karotten Karottensaft gemacht Der schmeckt bestimmt sehr lecker Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Mona Tschüss Tschüss 라� Tschüss Vielen Dank. Ab geht's in den Tunnel. Hoffentlich ist das Schaf nicht schon wieder da. Oh nein, es ist doch wieder da. Aber hier ist auch schon der Supermarkt. Alle freuen sich schon auf den leckeren Karottensaft. Er wird nur noch schnell abgeladen. Toll gemacht. Der Saft scheint allen zu schmecken. Hier ist doch schon. Hier ist schon die nächste Farm. Dort bekommen wir Weizen, was wir dann zur Fabrik liefern müssen. Super, jetzt geht's schnell weiter. Musik In dieser Fabrik brauchen sie das Weizen, um Croissants zu backen. Zuerst wird alles abgeladen. Jetzt wird das Weizen zu Croissants verarbeitet. Die müssen wir dann an den nächsten Supermarkt liefern. Musik Super gemacht! Jetzt müssen wir nur noch zum Supermarkt. Musik Hier ist schon wieder das Schaf. Hoffentlich klaut es uns kein Brot. Musik Hier ist auch schon der Supermarkt. Jetzt wird das Brot noch schnell abgeladen. Musik Das ging echt schnell. Jetzt geht es weiter zur Farm. Musik Wir sind da! Bei dieser Farm kriegen wir Milch. Musik Die Milch müssen wir jetzt zur Fabrik liefern. Musik Musik Wir sind da! Hier wird aus der Milch Käse gemacht. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist der Supermarkt. Super gemacht. Weiter geht's. Erstes müssen wir Mais ausliefern. Toll gemacht. Weiter geht's. Und wir sind da. 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 Weiter geht's. Und hier ist auch schon wieder das Schaf. Es ist das Popcorn. Hier ist der Supermarkt. Das Popcorn wird jetzt noch schnell abgeladen. Toll, alle freuen sich, dass es endlich wieder Popcorn gibt. Weiter geht's. Diese Farm baut Birnen an. Die müssen wir jetzt auch noch ausliefern. Danke. Auf geht's zur Fabrik. Wir sind da. Hier wird aus den Birnen Bier-Nus hergestellt. Erstmal wird alles abgeladen. Untertitelung. BR 2021 Guztamos jetzt. Vielen Dank. Danke sehr. Los geht's. Oh, das Schaf wollte wohl auch mal probieren. Wir sind am Supermarkt angekommen. Der Birnmus wird noch schnell abgeladen, damit der verkauft werden kann. Super gemacht! Oh, das Schaf. Bei unserer letzten Lieferung müssen wir zuerst Äpfel ausliefern. Danke. Wir müssen jetzt schnell weiter zur Fabrik. Musik Hier wird aus den Äpfeln ein ganz besonderes Eis hergestellt. Musik Jetzt müssen wir das Eis nur noch ausliefern. Ich hoffe, es schmeckt gut. Super gemacht! Los geht's! Nächster Halt, Supermarkt! Musik Und Schaf, wie schmeckt das Eis? Wir sind da! Wir sind da! Das Eis wird jetzt nur noch schnell abgeladen. Musik Super gemacht! Unsere letzte Lieferung haben wir auch super gemacht. Musik Das war ein echt toller Tag mit dem Fuchs. Wir haben sehr viele Auslieferungen gemacht. Und sind überall mit dem Zug hingefahren. Musik Bis zum nächsten Mal bei... Tschüss! Kurk, Tose Kopf! Kinder Marines